damit hallo und herzlich willkommen zurück nach unserer letzten mission erst mal mit dabei der riser servus riser und der wadzie normalzeit wadzie so und wir sind wieder in der aufnahme und wollten jetzt ins safehouse gehen hier in dem clinton district safehouse wie heißt das ding was steht da wolfs den oder denn wie auch immer ich würde sagen wir machen uns auf den weg bevor ich mich hier blöde verhaspel oder wie und so weiter wo ich muss jemand kotzen ab dort stelle entdeckt hier was für eine stelle ach so von seiner drohne oder was da oben da muss man anschießen war so war das anschließend irgendwie abholen abholen oder einsammeln müssen wir irgendwie aufs dach kommen aber wie ja also es geht noch nicht ins safehaus wir werden erstmal gucken da guck mal sieht eine leiter nach oben leiser ich gebe dir im arsch aber nicht neu wir werden beschossen werden wir hier sind bloß quatschen ich wurde beschossen wie immer ich glaube die mögen dich nicht die haben wir schon mal geholt hier glaube ich es war eine andere so hier werden wir wahrscheinlich nicht runter hüpfen können aber hier waren wir gleich beschossen aber sie muss natürlich springen ach da unten durch geschmeistert mein falls ihr was braucht ja meine waffe da wenig munition btw wir haben gerade in einer kurzen aufnahmepause erstmal unser equipment wieder neu gemacht und so weiter dadurch das war sie und ich ja hier probleme hatten da wir schon länger nicht mehr gespielt haben wollten weil er erstmal wieder ein bisschen in ruhe reinkommen sie was liegen lassen na bei mir war das grün ist du hast es gut ja unheimlich da hat es doch eben schon wieder irgendwo geknallt parkhaus lol jängen die cops oben an den oh ja ist ja auch fies schießen wir mal ab passiert bestimmt nicht ne geht nicht du brauchst ne muni ja und die kostet unheimlich viel boah was hat da denn geknallt hier ne bombe ne bombe da ist irgendwas drin elektronikteile oder so bestimmt jo elektronik hier nicht hier du bist direkt an der ersten kiste vorbei gerannt ich bin da zur zweiten hin ich wollte die erste für dich lassen achso das ist aber nett jeder kann looten ja damals sind die teile mit rausgesprungen war wenn eine an der kiste war haben sie es gefixt oder geändert hier hinten ist auch noch eine falls nicht gesehen wurde zweimal blau einmal grün sehr schön ich auch können wir wieder sind alle da alle anwesend dann attacke hier lass die cleaners und sämtlichen dreck von der straße wegputzen da ist wieder vor uns was oder auch nicht an der seite rechts irgendwie auf dem gebäude bestimmt aber hier liegt irgendwas agentenspur so der straße nach sagt das ding wollen wir erst ein safehaus oder wollen wir die agentenspur folgen agentenspur oh das war doch nicht alles oh 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 was grünes ja das war ja diese pfeile immer auf dem boden ne genau und immer den pfeil nach also quasi eigentlich immer nur der straße dann folgen in die richtung wo sind sein und jetzt fällt es mir auch gerade wieder so ein na hier eine gasse rein na klar wo schon ein paar tote cops liegen einer hängt da sogar hinten an der laterne noch ist nur eine akte sammeln wartet mal ich habe eben aus versehen hier irgendwas überschrieben da muss man so in die richtung geht's doch hm hier hinten sind ganze ganze menge die wollen wir nicht nehmen gut ja das ist noch event sag ich mal leise sagt das ein event man könnte meinen der kennt sich ja aus in dem spiel oder könnte man fast ein seiter ist das safehaus hier oben ne ja tatsache könnte ich denken ja mein der kennt sich hier aus mach mal auf hier na dann werden wir schon von pull my beard empfangen ne sporthalle ach ja sie ist ja hier kann man ja die neuen karten updates holen siehst du ja gerade schon gemacht agent wenn das zählt ja zum glück immer für die ganze gruppe und hier die ganzen bonus mission erst mal was verkaufen 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 da haben wir es doch ich habe alles verkauft ich habe alles verkauft ich habe noch nichts abgeholt ich habe noch nichts abgeholt ich muss mal hier kurz aufs klo gehen da würde ich nicht freiwillig rauf gehen vor allem nicht bei den solchen die rumeiern dann können wir eine schlage öffnen holen wir nicht ach guck mal hier ist so ein ne ich dachte hier ist auch so ein belohnungshändler wie in der base aber das ist ja ist ja scheinbar nett so gut da gucken wir doch mal was haben wir denn hier alles schickes wollen wir zum nebeneinsatz simon barris achso da ist ja noch einer hm wo gehen wir denn zuerst hin arbeiten wir uns nee gehen wir da hin kampf einsatz zack ab in die 52 sie hier ein paar punkte holen für unsere unser base ausbau ja ist immer gut zu gebrauchen ja auf jeden fall oder muss man eigentlich alles machen alle diese nebenmissionen damit man die base komplett ausbauen kann razer du brauchst nur diese mission hier machen wo du die punkte kriegst die anderen kannst du ignorieren aber die geben meistens den blauer bauplan und was für sachen nicht Na klar, alles in Ordnung. Jetzt müssen wir mit dem Typen schnacken. Oh, ne Parker, ne Jacke. Dann schnacken wir mal. Und Turnschuhe. Was? Dann werde ich von hinten beschossen. Hier doch ein Schutzschild ist. Meine Waffe ist scheiße, ich brauche dringend wieder eine andere. Na, bleib da mit seinem Kopf hier. Ha! Meiner! Feindkräfte näher an sich! Komm doch her! Das Ding hast du sonst immer geschmissen. Das ist richtig, ja. Verpeilt das momentan irgendwie. Oh, na klar, hier. Nein! Macht sie kaputt, macht sie kaputt. Geh in Deckung, da war sie. Danke. Sauberst. Hm. Chli对面 Äh, hey Mann, ob du wohl schnell mal kommen könntest? Ich hab's ja tun. Was brauchst du? Ja, also dieser Typ war in meinem Schlafzimmer und hat mein Zeug durchwühlt. Ich bin eine verpasst und jetzt ist es gefesselt in der Badewanne. Nein? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Er hat mein Gesicht. Er weiß wohl schon, oder? Gut, ich bin gleich da. So, ich will gerade hier was anderes markieren. Oh, hier ist ein Haus drin. Wow. Ein Nest von denen. Ich weiß nicht, ob sie in der Badewanne verabschiedet haben. Wir haben die Führung der Schlafzimmern gehabt. Wir haben die Führung der Schlafzimmern geschossen. Wir haben einen Umgang. Jedenfalls ist er zurück und er ist nicht allein gekommen. Glauben Sie, Sie kann hier sein Schlafzimmern? Von hinten kommen die Lutscher. Mann, ich bin aber auch ein Horschi, Alter. Ich bleib hier auch nur mittendrin stehen. Dankeschön. Dankeschön. Oh, hier ist was, hier sind die Kisten zum Öffnen. Dann sind wieder Werkzeuge hier im links. Alles mitnehmen, alles mitnehmen, was geht. Braucht man später alles. Nach Rom ist auch irgendwas noch. Ohne Feuerwehrstation, das ist hier. Hm. Oh, hier ist noch eine Überlebensratgeber ist hier noch. So, sehr schön. Dann auf zum Nebeneinsatz. Nee, da lang. An diese Fliege hier, die geht mir auf den Geist. Ich sehe überall nur Ratten und Hunde. Bei mir sind sie auch Fliegen. Ohne, wir sollten Geld von der Stadt kriegen, um die Straßen zu reparieren. Das Geld ist verschwunden. Und zwei Wochen später ist der Bürgermeister in einem unserer Schlaglöcher die Achse gebrochen. Oh, übrigens, eine Vorratslieferung ist auch verschwunden. Aber das Gute ist, die Jungs von O'Hurley haben sie gefunden. Sie hatten bloß kein Glück dabei, sie zu bergen. Da hat's Kabuff gemacht. Ritzohor war's. Wollt noch nicht. Hier rechts ist so ein Zelt. Ist bestimmt irgendwas drin, oder? Stimmt nicht. Nur weil du jetzt langläufst. Nö, aber ist nüscht. Doch, hier, Akten. Computer. Eins muss man Farrow lassen. Wenn er sagt, er kümmert sich um was, kümmert er sich drum. Ich find's gut, dass er mit bei uns hier draußen ist. Ich hatte mal so einen Boss, der kam nie aus seinem scheiß Büro raus. Aber Farrow, der geht auf die Straße. Ah, und er macht sich die Hände schmutzig. Will von uns nichts, was er nicht selber tun soll. Das ist wohl wahr. Aber er kann auch ziemlich cholerisch werden. Da musst du aufpassen. Er ist schnell angepisst, wenn du die Mission infrage stellst. Ah, kann man wohl sagen. Er ist irgendwie... Hitzköpfig. Kapiert? Hast du den Ritz verstanden? Ach, scheiß drauf. Ich dachte, das wäre lustig. Waffenteile. Ja, habt ihr verstanden? Er ist hitzköpfig. Haha, ein Cleaner und hitzköpfig. Oh, hier ist ein bestimmter Markt drin, wa? Nee. Hm. Ich finde es fehlt. Oh, Blunt. Blunt-Glan-Nadel. Blunt-Glan. Na los, komm schon hoch Ich hab nicht hoch, so lange hab ich geschützt ballert Üfel Oh, Scharfschützengewehr nehmen Oh, ach man, ich bin Oh, da kommen wir unten ein paar an Oh, Achtung, hinter euch Oh, gibt's halt sowas? Komm hier an, komm um die Ecke Ja, aber ich hab die beiden erlegt Achso, bist schon Verheilen wir Gelber auch gleich noch hier vorne Mann Jawohl, der erste ist schon mal weg Was blaues Vorsicht, jetzt kommt der Boss In der ACR Ah Du weekst Bingo Achtung, Reiser. Achtung, Reiser. Achtung, Reiser. Na, na klar, gerade beim Wegrennen. Äh, äh, äh. Bäm. Oh, was blaues. Zwei blaue Sachen. Schnellwechselmagazin. Aufruhrbekämpfungsschoner. Es ist doch irgendwo Munition geben, oder? Im Lager. Im Lager. Ich komm da nicht ran an der Tasse. Nicht, das nicht. Links ist die Munition. Hier. Oh. Das sind aber ordentlich Waffenteile. Nach oben können wir bestimmt auch nochmal. Nach oben? Oh, hier ist ja auch noch jede Menge Waffenteile. Hier. Wo willst du denn? Hier nach oben. Die Treppe. Links und da hinten. Stimmt, der ist hier schon. Ja, mal gucken. Hier ist nichts außer tote Polizisten. Ja, hätte sein können. Hätte, wenn und aber. Farber. Aber? Ja, Wazi, was machst du denn? Ey. Ich bin mein Kühltrank. Ich wollte gerade sagen, ich hab's. Nimm ich den anderen. Weg da. Die trillert irgendwo Mucke. So, was haben wir denn hier noch auf dem Plan? Den Einsatz, da haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Können wir noch, naja, machen wir als nächstes die Kämpfe, würde ich sagen. Kämpfen uns dann hoch wieder zum Nebeneinsatz vor. So, damit verabschieden wir uns aber erstmal von euch. Hoffen das hat euch gefallen. Wenn ja, dasselbe Spiel wie immer. Däumchen, Kommentar da lassen, ganz gerne. Abo ist natürlich auch sehr gerne gesehen. Und sagen, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.